Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Tunic. So, wir sind jetzt hier wieder im Wald angekommen, in diesem Waldschrein. Meine Hoffnung ist einfach, dass wir hier irgendwie zum nächsten Heldengrab kommen. Und ich glaube, hier war Angriffstauer. Sind auch so Flüsse, wieder mit diesem Zeug. Das Heldengrab. Hey, wartet mal, jetzt könnten wir auch da hinten rüberkommen. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Die gehen nicht zum Heldengrab, aber ich bin gestorben. Geil. Hm. Was? Das geht's dich. Das geht's dich. Ich geh jetzt anders an das Ganze ran. Ich mach den erst jetzt hier nach und nach. Okay. Warum seid ihr da schon zu zweit? Okay. Den haben wir. Was gibt's denn hier? War das jetzt Lebensenergie? Ich glaube, das war Lebensenergie. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das ist jetzt... Oh, guck mal. Wir sind da auf... Sind wir da voll? Keine Ahnung, aber ich bin begeistert, dass wir jetzt so viel haben. Und hier waren wir auch noch nicht drüben. Was haben wir hier? Ist hier der geheime Raum? Ich hätte nochmal so einen geheimen Raum gesehen. Heimat-Treffpunkt. Nee, das sieht auch nicht nur ein geheimen Treffpunkt aus, oder? Nee. Aber scheint wichtig zu sein. Halt ich auch wieder nicht, ne? Möchte ich nur mal erwähnen. Vielleicht komme ich ja hier wieder... Ja, hier komme ich durch. Das Ding ist kaputt. Okay, das bringt mich also gar nicht weiter. Nee. Dann können wir hier wieder zurück. Finde ich gut. Wo ist jetzt die... Diese Stelle? Warte mal. Wo ist jetzt hier... Wo war das? War das am Ende, oder? Anders. Ah, diese Seiten hier. Drei Bäume hatten wir doch gesehen. Wo war denn das? Mann! Blätter hier hauptsächlich nur durch da. Ich habe jetzt Lebenspunkt. Ich habe Trank und ich habe Verteidigung. Und AP. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ist auch was eingezeichnet. Fällt mir gerade mal so auf, ne? Nicht im Ostwald. Wo ist die Kerze? Wo ist die Kerze? Wo ist hier die Kerze? Ist hier irgendwo eine Kerze eingezeichnet? Nein, ne? Ah, ah. Hier haben wir die Kerze. Ich glaube nicht, dass wir noch mal da hochkommen. Zauberkugel. Ich komme jetzt zum Bibliothek K. Außer über das Portal. Aber wo ist das letzte? Den haben wir auch. Hier ist keine Kerze, oder? Hier sehe ich keine Kerze. Die Türen haben wir aufgemacht. Ich glaube, da bin ich zu weit. Auch zu weit. Der Bibliothek K weiß ja ungefähr, wie ich hinkomme. Schau auf die Karte. Ja. Das ist mir klar. Warte mal. Zusätzlicher Schaden ist... Hab ich das gerade richtig gesehen? Die Efeu. Oder die Chili. Ich glaube, so habe ich das jetzt verstanden. Okay. Ah, aber das suche ich gar nicht. Ich weiß nicht, wo die letzte Kerze ist. Das noch ein Fragezeichen an der Stelle fällt mir gerade auf. War auch keine Kerze. Hier haben wir die Kerze. Aber auch keine Kerze. Nee. Hier wüsste ich jetzt keine Kerze in der Froschdomäne. Die Bibliothek K. Da drin ist das... ...Kloster, wo ich die Kerze... ...ingesetzt habe. Aber hier ist doch keine Kerze, oder? Da. Wartet mal. Guckt mal, was da ist. Wie komme ich da hin? Das ist in der Unterwelt. Aber trotzdem, was kann ich denn hier noch haben? Ist der Gang anscheinend nicht gespürt. Hier hätte ich auch speichern können. Ich bin... ...bin ein Vollidiot. Ist hier noch irgendwas, was ich vielleicht gebrauchen könnte? Nee, da komme ich gar nicht rüber. Schade. Also alles ist hier zum Glück nicht kaputt. Hier ist auch nichts weiter, ne? Nein. 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 Ah, du solltest beten. Hier im Kloster ist noch irgendwo... ...ein Helden schreien. Hm, Leute. Guckt mal. Wo komme ich da hin? Da ist der Weg. Fahrt zum Heldengrab. uty. Ja. Wollte ich gar nicht lang. Moment, da war ich schon. Ha! Aufpassen. Ich wusste gar nicht, dass man da lang kann. Damit habe ich, glaube ich, meine volle Kraft wieder. Da muss ich jetzt nur noch das beim Bibliothekar finden. Denke ich jetzt jedenfalls als Vermutung nah. Ja, und ich kann sogar meine Lebenspunkte noch erhöhen, wenn ich mal wieder lebe. Oder geht das jetzt hier? Das geht sogar. Weil ich das wieder hergestellt habe. Lebenspunkte auf 6. Warte mal, jetzt war doch hier auch noch was. Ich hatte doch hier irgendwas Spezielles gesagt. Warte mal, ich will mal ganz kurz speichern. Habe ich hier auch was zu haben, wo ich lang konnte. Da ist was, aber da komme ich jetzt so... Ich dachte, da komme ich hin. Hier. Na? Nur nicht darüber. Ich kann ja auch noch in die Höhle hier, fällt mir gerade ein, ne? Wachhaus 2. Vielleicht ist ja hier unten irgendwas. Gerade jetzt, wo ich die Augen eh ein bisschen offener für manche Sachen habe. Seht ihr? Noch mehr Lebenspunkte. Ja, nice. So, wartet mal. Jetzt haben wir doch hier... Und... Nein? Hä? Hier stand doch... Ist die Reihenfolge wichtig? Wichtig? Ist das wichtig? Stell dich. Den verstehe ich nicht. Jetzt muss ich wieder zurück. Da stehe ich runter. Ah, hier. Ja. 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 Oh, eine Münze. Das ist auch gut. Schade, hier ist nichts. Wie soll denn das gehen? Oh, ich darf ja noch irgendwas anderes. Moment. Ich muss alle drei gleichzeitig drücken. Ja, moin. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wie es gehen soll. Sekunde, aufpassen. Jetzt gut aufpassen, wie das funktionieren soll. Ist jetzt nur... Ein Versuch wert. Aber habt ihr gesehen, dass der Strahl sich geändert hat in einen Eisstrahl? Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Wie geht das? Ich hab das doch eben gerade einmal hinbekommen. Nee. Wie mach ich das denn? Warum macht das denn jetzt? Schon wieder da hochkrabbeln, ey. Und das alles wieder zurücksetzen. Irgendeine Unmöglichkeit, ey. Nein, das ist nicht unmöglich. Aber ihr wisst, was ich meine. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Oh, 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 oh. Nice. Es gibt eine Krone. Okay, ich hab jetzt nur die beiden, ähm, ja, Schusstasten betätigt. Also, in dem Augenblick war es jetzt, glaub ich, hier X und Y. Und jetzt gucken wir mal, was es da oben mit dem Mädel auf sich hat. Erstmal... Ja, doch, das lohnt sich ja noch. Die Maske kann erst mal weg. Da nehm ich dann jetzt. Äh, hallo? Ich glaub, hier muss ich hoch. Dann da hoch. Dann könnte ich hier... Ah. Heiliges Kreuz. Hier war ich ja schon. Komm ich aber nicht hoch. Okay. Ja. Ist die Kiste neu? Oder hab ich die nur nicht gesehen? Ich glaub, die hat ich nur nicht gesehen. Ja, aber ich glaube, jetzt hab ich hier alles. Können wir jetzt zum Bibliothekar gehen? Muss wieder in der Anleitung gucken, weil ich immer wieder vergesse, wo der ist. Ähm, wo könnte der sein? Hier ist der hier. Und hier muss auch irgendwo so ein Schrein sein. Aber zuerst möchte ich hier erstmal... Speichern. Speichern. Ja, 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 ja. Der Erbe. Niederlage. Heiliges Kreuz. Und ich glaub, ich glaub, das war hier unten, ne? Ja, okay, gut. Ich bin ja schon weg. Oh nein, das sieht doch schon wieder nach einem Bosskampf aus. Und ich weiss. δ Okay, was ist jetzt? Ah, da ist noch einer. Okay, ich glaube, damit haben wir dann alle Punkte gefunden. Ich glaube, ja, damit haben wir alle. Cool, damit bin ich wieder zurück im Leben. Yay! I'm back in life. Die Frage ist, kann ich die Toten jetzt immer noch sehen? Oder bin ich immer noch in der Unterwelt und bin eigentlich tot, oder? Das sieht mir ja jetzt nicht mehr danach aus, ne? Na doch, ich sehe ihn noch. Ich sehe ihn noch nicht mehr. So, wartet mal. Wir hatten doch hier... Genau. Ich war doch jetzt schon im... Warte mal, Ostwald war ich doch schon einmal, oder? Möchte ich da jetzt irgendwas übersehen? Zum Ostwald. Dann bin ich doch eigentlich... Naja, da nicht direkt, ne? Irgendwas übersehen. Im Ostwald selber gibt es gar keine Karte, ne? Ne. Ne. Gibt's nicht. Dann suche ich jetzt erstmal im Brunnen. Äh... Brunnen, 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 ähm... War ich hier nochmal? Okay. Wo bin ich da? Da war eine Seite. Nutze die Macht des Heiligen Kreuzes und bereise den goldenen Pfad. Buchzauber. Heiliges Kreuz. Okay. Äh, habt ihr das gesehen? Er ist gesehen, warte mal. Oben links, oben rechts, unten rechts. Er sagt mir, irgendwo hier sollte anscheinend was sein. Moment, wo bleibe ich hin? Ich glaube, am meisten Sinn macht es sogar da unten hin. Hier hin. Oben links, oben rechts, unten rechts. Und dann ist was? Mich verarschen? Ich bin da runter jetzt. Da runter. Hier soll was sein. Oben links, oben rechts, unten rechts. Ist das was drin? Toll! Oben links, oben rechts, unten rechts. Oben links, oben rechts, unten rechts. Hier soll irgendwas sein. Moment, warte mal. Wir gehen hoch. Dann gehen wir links. Und... Oh, weia. Okay. Also. Ah, muss ich mir wieder was notieren. Also, wir gehen hoch, als allererstes. Wir gehen hoch. Weil da kommen wir ja her, ne? Genau. Hoch. Dann gehen wir links. Dann gehen wir runter. Dann gehen wir links. Dann gehen wir hoch. Dann gehen wir hoch. Dann gehen wir rechts. Dann gehen wir runter. Dann gehen wir rechts. Dann gehen wir runter. Dann gehen wir links. Dann gehen wir hoch. dann gehen wir links dann gehen wir hoch hoch links unten links hoch rechts unten rechts hoch rechts unten links links hoch alter was wir spiel hier vorne wow wie war das hoch links oben rechts unten rechts holz ist er bei der frauen hoch links hoch rechts unten rechts es haut nicht so weit ab da ist irgendwas irgendwas verpasst warte mal ich habe das einmal hier das aufgeschossen okay hoch hoch rechts 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 oben rechts oben rechts 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 box rechts 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 hoch, 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 rechts, 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 hoch, hoch, rechts, rechts, hoch, rechts, hoch, rechts, hoch. Okay. Oh Mann, da habe ich jetzt einiges zu entdecken. Und hier, wir hatten ja jetzt noch eine Münze gefunden. Einen weiteren Slot haben wir jetzt auch bekommen. Das finde ich ganz vorteilhaft. Dann würde ich nämlich... Das nehmen. Wie war das? Hoch, links, oben, links, unten, rechts. Halt, wartet! Nein! Hoch, links, oben, rechts, links, unten. Und was soll hier sein? Hupen, links... Wartet mal. Hupen, links, oben, rechts. Verstehe ich nicht. Links, rechts, oben, links. Oben, rechts, unten, rechts. Hö. Nee. Wollte ich eigentlich nicht, aber in Ordnung. Warte mal. Da hingeht. Moment, hier hinterher ist noch ein Gang. Wie das? Nö, da ist nix. Könnte das Geheimversteck sein, oder? Nee, auch nicht. Okay. Das ist ne Kiste. Ganz offensichtlich, ne? Noch eine Münze. Aber was hat das mit den Glocken auf sich? Egal, ich hab jetzt schon echt sau viel überzogen, deswegen, ähm... Versuche ich das Rätsel ein andermal zu lösen. Äh. War krass, dass ich das jetzt erst sehe. Das ist nicht manchmal die Perspektive und wie es beleuchtet ist. Also, Leute, ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trochot Rhein. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal. Ich habe bei Beparatur Rhein. Jetzt geht's mir immer finansch meat. Bis zum nächsten Mal. Ich habe bei Banim True més.